das buch das ich diesmal gelesen habe heißt die zukunft der außenpolitik ist feministisch von christina lundz im econ verlag und ja passt sehr zur zeit wo uns ja außenpolitik sehr beschäftigt christina lundz hat internationale beziehungen studiert und ist gründerin eines zentrums für feministische außenpolitik cffp also center for feminist foreign politics sie ist extrem gut vernetzt hat verschiedene praktika und einsätze als beraterin gehabt im außenministerium in verschiedenen institutionen der uno in verschiedenen ländern studiert hat sie in oxford aber war auch in mianmar und in usa und whatever also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ja auch politikwissenschaft studiert aber internationale beziehungen war immer das fach was mich am wenigsten begeistert hat ich habe persönlich wirklich probleme sowohl mit diesen ganzen institutionen die kann ich mir einfach nicht merken und auch diese sprache der texte die irgendwelche diplomatischen papiere festhalten und so weiter das ist das verursacht mir sozusagen mentales unbehagen ich kann das nicht lesen ich kann mir das nicht merken ich kann es nicht verstehen ich sehe aber ein dass das total wichtig ist und deshalb bin ich komplett dankbar dass es menschen gibt wie christina lundz die sich da rein begeben die diese beziehungen knüpfen die zu diesen empfängen gehen die an diesen veranstaltungen teilnehmen die versuchen mit ihren eigenen papieren und so weiter da einfluss zu nehmen also allein das ist schon großartig und auch natürlich die themen um die es geht feministische außenpolitik ist ein begriff der von der schwedischen außenministerin der damaligen schwedischen außenministerin margot wallström 2014 geprägt wurde die die erste war die also mit diesem programm oder mit diesem label auch angetreten ist inzwischen haben schon auch verschiedene andere länder proklamiert dass sie eine feministische außenpolitik haben oder haben wollten zum beispiel mexiko kanada frankreich ja vielleicht jetzt demnächst auch deutschland auch annalena baerbock hat ja sozusagen ist mit dem programm zumindest bekannt und liebäugelt damit die frage ist natürlich was feministische außenpolitik heißt auch jetzt in so akuten situationen wie der ukraine krise leider ist das buch natürlich schon vorher geschrieben worden obwohl christina lundz darin ganz viele sehr aktuelle themen aufgreift also sie hat bis 2021 ereignisse noch mit drin aber natürlich nicht die aktuelle ukraine krise aber der ansatz dass außenpolitik und internationale beziehungen nicht sinnvoll gemacht werden können ohne dass man auch eine feministische analyse dahinter hat die ist natürlich offensichtlich und liegt auf der hand finde ich und auch leider dass das bisher nicht nicht verfolgt wurde obwohl interessanterweise ja viele außenministerinnen frauen sind also das außenministerium ist eins das vielleicht nach dem gesundheitsministerium am frühesten und am häufigsten mit frauen besetzt worden ist diese analyse kommt jetzt hier nicht drin vor aber mir fällt gerade ein dass man das mal genauer untersuchen könnte warum eigentlich man vielleicht frauen für fähiger oder besser gehalten hat schon lange um internationale diplomatie zu betreiben auf dieser hohen ebene christina lundz gibt in dem buch sehr viele informationen also es liest sich auch als kompendium darüber was es überhaupt für internationalen institutionen gibt auf welchen ebenen was besprochen wird und wann feministische anliegen oder eben auch frauen überhaupt in diplomatischen kontexten eine rolle spielen natürlich dann so andere themen wie gesundheitspolitik gleichstellungspolitik und klimapolitik und wie die soziale ungerechtigkeit und dass die natürlich alle aufs engste verwoben sind auch mit internationalen beziehungen das ist im prinzip klar hier wird es aber im detail und anhand von aktuellen beispielen einfach durch buchstabiert und jetzt müsste eigentlich sozusagen die frage gestellt werden wie wenden wir das an auf aktuelle herausforderungen jedenfalls ist das mit der außenpolitik und den internationalen beziehungen und mit der frage nach militarismus und wie entsteht frieden das ist ein thema wo ich auch finde dass das ohne ein feministisches instrumentarium praktisch gar nicht sinnvoll diskutiert werden muss und deshalb ist es auch sehr beängstigend wenn dann in verhandlungen wie jetzt auch zwischen ukraine und russland dann nur männer mit am tisch sitzen also vielleicht aufgrund der traurigen aktualität besonders interessant zu lesen die zukunft der außenpolitik ist feministisch ausrufezeichen und fragezeichen und auch fragezeichen was das dann heißt von christina lunds im econ verlag